Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Cheeky Boink und das ist Wing Commander 3. Wir ergreifen den Heimatplaneten der Katzenlanden. Ich weiß gar nicht, ob das die letzte Mission ist, aber... Schau mal. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können sie noch was lernen, Karne. Lösen und angreifen. Anderle, jetzt geht's rund. Noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Ist da überhaupt noch jemand? Nö, wir müssen jetzt jumpen. Jetzt geht's rund. Noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Boah, ne Corvette ist hier, da kletz' ohne Ende. Wie geht's aus? Ahaha, die können mir nichts anhaben. Wie sieht's aus? An meiner Maschine ist nicht eine Schramme. Ich bin eine Schande für mein Volk. Wuh, noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Wuh, noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Puh. Wuh, noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. So, nächster Point. Jetzt geht's rund. Sagen Sie nur, wann, Sir. Lösen und angreifen. Und ab die von. Wie ist da, dass ich gekenne das Schutter? Ich weiss, Artik. Ich weiss! Ich weiss! Ich weiss! Tat嘲er! Oh, ähn! Jetzt geht's! Na Ents voyage! Viel erbärmlichen Nachkommen von Affen! Viel erbärmlichen Nachkommen von Affen! Eine Schande! Entrennt uns doch, Garton! Es ist eine Schande für meinen Freund, hier konsumierierten Affe wahr, es anzugreifen! Ausgefeichneter Schuster! Wo ist, äh, Maniac? Garton Verwichter! Sagen Sie nur wann, Sir! Äh... Lösen und angreifen! Handele, jetzt geht's rund! Lösen und angreifen! Und ab die Post! Oh, Zerstörer! Viel erbärmlichen Nachkommen von Affen! Friss Dreck und stirb, Garton! Friss Dreck und stirb, Garton! Mein Volk wird meinen Tod rächen! Boah, das war einfacher als gedacht! Was denn, der Dark jetzt so weit weg? Wie sieht's aus? An meiner Maschine ist nicht eine Schramme! Wie sieht's aus? Hab nicht eine Schramme abgekriegt! Und ab die Post! Was denn, der Dreck und stirb, Garton! Was denn, der Dreck und stirb, Garton! Schon eine längere und schwierige Mission! Mit Dreck und Stirb, Gato! Mit Dreck und Stirb, Gato! Mit Dreck und Stirb, Gato! Einsatzziele erreicht. Okay, Autopilot. Das ist ein Depot. Fliegen wir mal hin. Ich muss da jetzt einfach nur landen. Gib mir Landererlaubnis. Sie haben Landererlaubnis, Excalibur. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Ist das offen? Ah, cool. Spritlager verlassen. So. Auftankterminal, Waffenterminal. Aha, Einsatz speichern. Kriegt das Ding nicht? Kriegt das automatisch? Hm. Noch was kann ich hier nicht machen, ne? Okay, dann gehen wir wieder. Wenn du dies siehst, dann ist noch nichts verloren, mein Junge. Also lass uns keine Zeit verschwenden. Meine Männer haben ganz in der Nähe von Kilra ein geheimes Dorf aufgebaut. Ich hoffe, dass es unsere Feinde noch nicht gefunden haben, weil dort schon alles vorbereitet ist, um die T-Bomb beschafft zu machen. Wir werden uns zweifellos bald wiedersehen. Das freut mich. Das freut mich. So, die Jungs sind auch schon da. Gatos sind nicht zer. Lösen und angreifen. Andele, jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Und ab die Post. Das ist Dreck und stirb, Gato. Das ist Dreck und stirb, Gato. Ausgezeichneter Schuster. Lauf dich um einen Entschuld. Entschuldigen. Immer erst die Zahnweckung. Ich bin eine Schande für mein Volk. Das ist Dreck und stirb, Gato. Ich bin eine Schande für mein Volk. Gato. Gato. Lösen und angreifen. Andele, jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Bote ab die Post. Das ist Dreck und stirb, Gato. Das ist Dreck und stirb, Gato. Ja, sehr viel. Ausgezeichneter Schuster. Ich bin eine Schande für mein Volk. Dreck und stirb, Gato. Ich bin eine Schande für mein Volk. Friss Dreck und stirb, Gato. Gato sind dicht, Sir. Sagen Sie nur, wann, Sir. Jo. Lösen und angreifen. Andele, jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Hat klein geschossen, Sir. Die Zerstörer sind hart, aber die Cruiser, die sind echt übelst. Die Erwärmliche Nachkommen von Affen. Ich hab das Mistvieh erwischt. Super. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns den Sortag noch holen. Wie sieht's aus? Ich hab nicht eine Schramme abgekriegt. Ich hab nicht viel erwischt. Scheiße, wo sind meine Leute? Wer gebaut nur noch da? Aber wer sonst sieht's schön aus? Schade. Schade. Mein Gott. Wir haben alle verloren. Oder auch nicht. Sie sind bestimmt einfach nur ausgestiegen. Gib mir Landererlaubnis. Sie haben Landererlaubnis, Excalibur. So, schnell speichern. Auf dem Terminal. Da haben wir so die Bombe. Ich wusste es doch, dass wir uns schon bald wiedersehen. Du hast jetzt die T-Bombe. Hör gut zu, mein Junge. Ich hoffe, dass du das Ei ganz sachte ins Ziel fliegen wirst. Wenn du dieses Band siehst, werden dir gerade die Koordinaten übermittelt. Es liegt jetzt alles in deiner Hand, Junge. Ich gehe mal davon aus, dass da hinten Killra ist. Warum kann ich hier nicht starten? Hallo. Irgendwie kann ich kein Gas geben. Liegt das an der T-Bombe? Oder ist die Steuerung kaputt? Moment mal. Äh, Tastatur. Speichern. Maus. Speichern. Spiel. Nö, geht nicht. Ich hoffe, das liegt wirklich nur an der T-Bombe. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Ich kann nämlich kein Geist. Ich habe das nicht viel erwischt. Boah, noch ein Zerstörer. Ich habe das nicht viel erwischt. Ja, schön. Komm ich nämlich gleich wieder her, hier. Sag gute Nacht, Mietze-Katze. Ich komme auch nicht an die Zerstörer ran. Das ist doch blöd. Gut, die Vagabond macht es schon. Äh, falsche Taste hier. Nö. Ist eigentlich alles gut. Minus kann ich auch nicht machen. Mein Volk wird meine Tod rechen. Ich habe das Mist viel erwischt. Oh. Ist das jetzt ein Fehler in der Quest? Ich starte mal. Ich habe das Mist viel erwischt. Ich habe das Mist viel erwischt. Oder beziehungsweise wir warten, bis er alle gekillt hat. Das sind ja noch nicht mehr viele. Ich habe das Mist viel erwischt. Ich habe das Mist viel erwischt. Versuch mal, vielleicht kommen wir jetzt schon auf den Planeten und das ist egal. Ansonsten starte ich mal neu. Wir haben Gesellschaft. Nee, kommen wir nicht. Ich starte mal neu. Ist ja nötig, aber auch gespeichert. Das wird auch gehen. Jetzt geht's. Super. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Schon ein bisschen Fehler behaftet. Ich habe das Mist viel erwischt. Ich habe das Mist viel erwischt. Vielleicht sind die Drunkjumps im Original auch so da. Oder ob es an der Version hier liegt. Ich habe das Mist. Mein Volk wird meinen Tod recht. Ich hab das Mistvieh erwischt. Sehr gut. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Ich hab das Mistvieh erwischt, Sir. Wie geht's aus? Ich habe mich eine Schramme abgekriegt. Ich habe das Mistvieh erwischt. 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 Ich habe euer Siobpan zueten. Ich habe es mit Kiel erwischt. Die fliegen hier vom Back. Ich habe es mit Kiel erwischt. Natürlich cool, dass wir jetzt hier unendlich schlafen können, aber... ...dauerlangweinig. Ich habe es mit Kiel erwischt. Ich habe es mit Kiel erwischt. Nein! Ich bin jetzt in Kiel erwischt. Ich habe das Mistvieh erwischt. Ich habe das Mistvieh erwischt! Oh... ich glaube... ...Hast klein geschossen, Sir. Ich hab das Mischki erwischt. Du hast mich reingelegt. Nein! Ich hab das Mischki erwischt. Ja, wir machen mal eine kurze Pause. Ich guck mal nach, was wir da machen können. Ich denke mal einfach neu starten. Und hoffen, dass es dann weitergeht. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!